Start von Karlsruhe, Baden-Waden Links herein Die Piloten bewegen die Köpfe, genau wie es mit der Piloten tun Sie beobachten den Luftraum und scannen dann das Instrumentenpanel Und das unablässig Ich fliege mit 250 Knoten Das ist die vorgeschriebene Geschwindigkeit im Luftraum unter 10.000 Fuß Das ist die Sicht von vorne, auch ganz toll gemacht Mal ein Blick aus dem Cockpit Blick ins Cockpit Und hier nähern wir uns auch schon dem Hochsaler Flugplatz Ja, der Platz ist genau unter uns Und jetzt machen wir eine Linkskurve zu einem neuen Anflug Unten rechts der Hochsaler Bahnhof Und ich bin schon im neuen Änderungsflug Und jetzt machen wir es auch vom Flug Und jetzt gehen wir ein bisschen beim Flug hier noch ein bisschen beim Flug Erstmal durchstattet, bevor ich hier eine Landung warte. Mal aus dem Cockpit geschaut. Der nächste Anflug. Rundrum die Obervorstadt. Rundrum. 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 Jetzt geht es zum Kaffeetrinken. Hoffentlich hat das Restaurant geöffnet. Wir sind nicht mehr so, wie es die Nachfolger ausmachen muss. Wir sind nicht mehr so, wie es die Nachfolger aus dem Kopf ist. Daher muss ich über Yesen oder ich nachfolge. Dann wird er mit einem Nachfolger aus dem Kopf geklärt. Er ist schon mal so, wie es die Nachfolger ausritten. Ja, das sind schon die Hallen. Ja, so ganz original ist das nicht. Nun ja, es ist auch kein internationaler Flugplatz. Rollen wir weiter zum Restaurant. Sieht nicht gut aus. Hat entweder geschlossen oder pleite gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute.